Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mama und Dad haben unser Haus verkauft. Sie hätten es uns vererben sollen. Alles, was wir wollen, ist, dass ihr euer Zimmer ausräumt. Oh Mann. Es ist wirklich eine Schande, dass du es hier nicht hast krachen lassen. Wir schmeißen hier keine Party. Du bist seit zwei Jahren geschieden. Du kannst dich nicht ewig davor drücken, die Beine breit zu machen. Du wirst mich nicht überreden. Wir haben noch so viel zu tun. Lad sofort den schnuckligen Gärtner ein. Hi. Hey. Ich bin Maura. Ich bin James. Ich wollte mal Hallo sagen und das war's auch schon. Oh. Also die Titten gucken schon ein wenig raus, aber das Kleid steht mir gut. Sie haben den Rücken vorne. Ich verstehe dieses Kleid nicht. Einer meiner Äpfel fällt dauernd raus, aber ich finde mit den Fransen erzählt das Kleid seine eigene Geschichte. Oh, so geht's. Ich hab nachgedacht. Wieso? Übernimmst du den Part der Party-Mum heute und ich werd dann die Sau rauslassen? Es wär mir ein Vergnügen. Ich hörte schon, dass ihr eine Party veranstaltet von jemandem, der eingeladen wurde. Das ist echt traurig. Das ist ja ein super Gürtel. Oh, dankeschön. Gratuliere zur Wrestling-Meisterschaft. Wir müssen uns von diesem Haus verabschieden. Wir hatten ja viel Spaß. Für so harte Jungs wie dich war ich in meiner Jugend sehr empfänglich. Mein Safe-Word ist, mach weiter. Ich fänd's toll, wenn ihr anfangen konntet, den Bereich, wo ihr gerade steht, sauber zu machen. Bist du auf was Spitzes gefallen? Ja. Ist wohl meine Ballerina-Spieluhr. Die Melodie ist wunderschön, oder? Und es ist zu... Nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020